Ich will mir nicht mal bei der Sache doch. Nein, nein, nicht mal. Pilze! Eih! Dann kann eine Falle ausgelöst werden, Goldier. Geh ja nicht drauf. Brav. Dietrich Gold. Hältstiefel braucht keinen Spaß. Ah ja, die Falle also. Ah! So. Tja. So viel dazu. Gold, Gold, Gold. Nein, nein. Hier ist... Oh, man. Oh. Fetter Zaubertrank, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, nö. Okay, Fisch. Adler. Äh... Ja. Schlange. Adler. Wenn das richtig ist, dann ist das das lähmste Rätsel, was ich bis jetzt hier machen musste. Adler. Ah ja. Adler. Fisch. Fisch. Das kann nicht sein. Oh mein Gott. Das war richtig. Äh... Oh. 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 Das sieht so aus wie eine Falle. Wow. Was ist das für ein Ort? Oh, ich weiß es. Hier gibt es doch wieder... Hier gibt es doch wieder am Ende eh einen Schrei. Aber bin ich mir sicher. Oh. Oh. Hast du gerade geschrien? Alter, wüsste Geisel. Geh weg von mir. Oder stirb einfach. Stirb. Stirb. In Namen der... Ach, weis was? Boah. Schrei gegen Schrei war das jetzt. Gut rüber! Stehe! Gold mag nur noch ganaschen. Der letzte Hälfte ist Nordzweihänder. Hat irgendwie nur Kacke gedroppt hat, aber nur viel ausgehalten. Und das war's. Sieht so aus. Kam wahrscheinlich jeher. Ja... Da war irgendwas drin, was ich gelesen habe, aber das... Zu schnell weggemacht. Hö, hö, hö. Oh, Gold gelesen und dann zack, war's weg. Aaaaaaah! Vielleicht können wir hier irgendwie rüber. Jawohl. Hier gibt's gar nichts. Hm. Rüber. Gibt's denn dort was? Nein. Dort hinten gibt's auch nichts. Okay. Weiter. Oh nein. Nein. So ein Fall, lass ich mich hier nicht verarschen. No, da geht's aber weiter. Hm. Mann. Da ist wieder so eine Rune. Ah, sieht nicht nach einer Falle aus. War auch nicht viel drin. Ah. Dann halt nicht. Aha! Ich bin gut, dass das auch noch geht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Hey. Hey. Es hatte irgendeine Rüstung. Äh. Rüstung? 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 Huhu! Da waren sie. Oder? Nein. Das sind die Hände, die ich hab. Ah. Ah. Ähm. Aber das war's doch nicht. Oder? Kann nicht sein. Rüstung? Okay. Hab ich da gerade was? Hab ich zufällig die falsche Kleidung an? Novizenrobe der Zerstörung. Nein, ist doch richtig. Ach. Was war die denn da? Hey. Daneben. Boah. Da gehen selbst die Schliefel zur Decke. Ha. Äh. Ne. Sieht nicht nach einer Falle aus. Was? Och. Wollen die mich verarschen? Oh. Ah. 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 Super. Nein. Das war sogar richtig. Ach so. Der ändert sich als einziges. Der hier auch? Will der mich verarschen? Das geht doch gar nicht. Hä? WTF? Was mach ich hier? Das ist richtig. 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 Nein. Richtig. 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 Oh ja. Boah. Ich bin gut. Was hab ich getan? Egal. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Und das dabei belassen ist. Es hat geklappt. Die Fenster in Höhlen. Wartet. Mein Junge. Wartet. Ja was ist denn? Es sei höchste Zeit, dass ich wieder zu euch stoße. Ha. Okay. Hier ist ne Falle. Achtung. Wer die auslöst ist schön doof. Ja ja. Du siehst richtig. Ich blinder hier die ganzen Leichen. Oh. Na ich mischtisch. Palla. Band 3. Too long. Didn't read. Geht. Guck mal dran da hin. Hm. Hm. Du. Du da oben. Du wachst auf. Aua. Aua. Welcher Arsch ist da rüber gegangen? Ich hab's gesehen. Ähm. Wo ist denn jetzt lang? Ach so. Ist ne normale Tür. Ich dachte schon. Heilige Scheiße. Was ist das denn? Was zur Hölle? Ähm. Magier. Sie sollten sich das mal anschauen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Kann ich jetzt von ihnen hören. Kommt zu wo runter hier. Guck's dir an. Also so etwas. Nun seht euch das an. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir so etwas finden würden. Warum ist dies so tief in Saartal begraben? Was könnte dies für ein Ort sein? Bis zum nächsten Mal. Und noch viel weiter. Jetzt mal ganz ehrlich. Was? Oh. Noch ein Lied. Jig Galdorson. Gefährlicher. Oh Mann. Ich glaube ich... Ich halte es beschäftigt. Ich versuche hier etwas Kraft zu entziehen. Okay. Ich halte es beschäftigt. Hier. Okay. Haha. Ja. 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 Aua. Hier. Oh oh. Ist aber ganz schön mächtig. Also der Opa. Also der Opa. Stirbt doch. Haha. War das ein Boss? Fragment von Galdors Amulett. Okay. Gold. Versiegelungsformel. Leichnam wiederbelegen. Habe ich doch. Egal. Nehme ich. Das ist einfach faszinierend. Jetzt mal... Okay. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Was ist das für ein Ding? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das ist erstaunlich. Das ist erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Der Erzmagier muss sofort informiert werden. Das muss er mit eigenen Augen sehen. Ich wage es nicht, das hier unbeaufsichtigt zu lassen. Könnt ihr zur Akademie zurückkehren und Salvos Ahren von dieser Entdeckung unterrichten? Bitte beeilt euch. Ich soll mich beeilen? Nö. Oh. Ich beeile mich nicht. Ich will erstmal gucken, was man hier so alles findet. Nein! Das wollte ich gar nicht. Äh. Jetzt muss ich das in sonstiges alles finden hier oder was? Na. Äh. Wo ist das? Einbalsamierungswerkzeug. Oder was soll immer das war. Ähm. Ach, so für habe ich gar nicht. Okay. Stahlbachen, Silber, Erz, Saphir, Rubin, Pferdefelgen, Unstein, Erz, Lea, Lederstreifen, kleine Seenstein, und das will ich als Seenstöpflugsperspacke fällen. Da. Deine Begegnisung. Ich will mich auch mal da drauf setzen. Oh. Kann gehen her. Was ist das bloß? Was? Gut, gut, gut. Ich glaube, wir kommen hier noch einmal zurück und dann öffnen sich die ganzen Serien hier. Naja. Weh. Äh. Chef. Hier geht's nicht mehr raus. Ach, war ein Scherz. Ich beile mich so denn. Ich ziehe von dann. So schnell es geht. Und berichte den Erzmagier davon. Wart. contents Die ganzen Wirklichkeit zurückgehen. Das glaube ich irgendwie nicht. egal. Ich tue es einfach. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da. Da, 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 da. Da, 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 da. dann um jetzt lang richtig ich glaube schon da das war richtig er war ich glaube nicht dass es richtig war sag ich doch das war nicht richtig verdammt wir können wieder den ganzen Weg zurück jetzt brauchen wir aber auch ziemlich lange für eine neue Stufe muss ich sagen und der Weg war so lang hätte ich jetzt nicht gedacht also der ist hier in der Nähe irgendwo irgendwo aber wo genau weiß keiner wir wissen nur dass er hier irgendwo ist ich weiß jetzt gerade nicht wo wir lang müssen wie so oft in so er ist groß noch gehen wir den richtigen Weg noch äh genau Hä? Was hat mit dem geschehen? Wow! Ah. Okay. Bisschen verzaubert, der Kleine, wa? Hä? Der soll hier sein? Unsere Map wird uns helfen. Ah ja. Hier lang ist richtig. Sag ich doch, es gibt immer einen Rückweg bei Zelda Scrolls. Und zwar ein schneller Rennen. Ha! Ha! Was habe ich gesagt? Ha! So viel dazu. Was ist das denn? Die Wirksamkeit gebrauter Tränke wird uns 20% gesteigert. Ohne, der Schutz kann es werden. Okay. Die sehen cool aus. Aber wenn ich die Trage nenne, bin ich zu schwer. Leider. Nimm mich an! Ja! Wort der Macht gelernt. Fleisch. Eisform. Eisform. Okay. Kann ich Leute vereinen. Ja. Erzmagier. Huhu. Äh. Hö. Erzmagier. Entschuldigung, Erzmagier. Ach du Scheiße, müssen wir auch noch hier lang? Karte. Ein erfolgreicher, mächtiger Angriff kann Gegner zurückstoßen, wenn diese nicht blockt. Hallo! Okay, das habe ich schon mal abgeschlossen. Äh. Weltkarte. Ja. Sprich mit dem Erzmagier. Und wo sind die Rekruten? Die sind irgendwie weg. Ist mir mal so eben eingefallen. Äh. Aufgefallen. Wir hatten noch Rekruten bei uns. Die sind jetzt einfach weg. Hm. Mysteriös. Pferd. Lass mich dich reiten. Pferd. Warte mal. Markierung entfernen. Ja. Markierung entfernen. Entfernen. Gut. Und auf geht's. Zurück. Hiya. 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 Äh. Der Weg war doch so, dass wir dann hier lang mussten und dann da runter und dann waren wir schon da. Oder? Ja. Ja, ich glaube schon. Los. Sprinte. Pferd. Ob man sich ein zweites Pferd holen kann und das dann dann, äh, dem Begleiter geben? Hm. Wäre doch mal eine Überlegung wert. Auch wenn das nicht wirklich viel bringt, weil der Begleiter so oder so irgendwann hinter mir ist, aber... Könnte ja sein, ne? Goldier ist ein super Begleiter, wenn ich das mal so sagen darf. Für alle, die auch Skyrim zocken, holt euch Goldier. Der ist goldig. Goldier ist goldig. Ach, da sind sie doch. Äh, erst mal jetzt beeilen. Erzmagier, Erzmagier. Ich habe eine wichtige Nachricht zu verkünden. Erzmagier, Erzmagier. Kommen Sie, kommen Sie. Haa. Ach, verdammt. Wow, das sind ganz viele jetzt hier. Ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Ach. Erzmagier, Erzmagier. Entschuldigung. Äh, Erzmagier, verdammt. Wow. Das hat Style. Und da ist er. Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist. Äh, ich muss euch mit der, äh, ich muss euch, äh, ich muss, äh, ich muss mit euch über Saartal sprechen. Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist. Was? Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern. Äh. Wir haben so eine Art Kugel gefunden. Tollf hier wollte sie sich ansehen. Ich verstehe. Ich hoffe, es gibt von Tollf dir noch eine, äh, genauere Erläuterung. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Tollf dir kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss, solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen. Sprecht mit Urak im Arkanaeo. Vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung passt. Und? Gute Arbeit. Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen. Hey. Stab des Magiersichts hinzugefügt. Schon wieder? Bäh. Habt ihr jemals von dem Zijicke-Orden gehört? Persönlich nicht. Einer aus ihrer Gruppe beriet den Erzmagier, als ich noch in der Ausbildung war. Aber das war vor vielen Jahren. Bevor alle Mitglieder des Ordens zurück zur Insel Artaeum berufen wurden, und er komplett verschwand. So quasi in dem Spiel wie Atlantis. Auch nicht schlecht. Dieser Stab, den brauch ich nicht. Ich werde schon jetzt sofort weg, weil ich sauer bin. So, weggeworfen. Nein, richtig wegwerfen. Oh, hoppla. Wegwerfen. Hä? Hey. Ich bin sauer. Hab ihn weggeworfen. Hm. Naja. Ah, wie es hier weiter zu sich geht. Boah, hier können wir alles... Achso, nee, das ist stillen. Schade. Ja, wie es hier weiter zu sich geht, in der Akademie, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich hiermit erstmal wieder, denn ich gehe jetzt erstmal nochmal eine Runde paddeln, weil ich müde bin wie Hund. Damit sage ich einen wunderschönen guten Abend oder schönen Tag noch, je nachdem man es geschaut hat. Bis zum nächsten Part. Tschüss.